Urdhva Parishva Anantasana, vorgeführt von Arjana, Bayogavidya Bad Meinberg. Von der Seitlage ausgehend, Anantasana, stellst du einen Fuß auf, richtest dann den Oberkörper auf, indem du die Hand auf den Boden gibst und gibst die andere Hand auf das Knie. Dabei schaust du entweder zum Fuß hin oder zur Decke. Diese Stellung verbindet Drehung, Flanken, Dehnung mit großer Koordination.